Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Hexed, den Minecraft Modpack von ganz vielen tollen Modentwicklern. Mit dabei ist wieder die Ninimese, hallo. Hi. Wo bist du schon wieder? Du rennst doch mal weiter und ich weiß nie, wo du bist. Ja, da bin ich, ja. Ich bin da hinten. Nein, ich bin jetzt reingesprungen. Ich bin einfach nur weiter hoch bei Miene und so. Ähm, ich war ein Zombie. Wo bist denn du? Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Oh, Zombie hat mich, ich habe gerade den Namen gesehen, bleib stehen. Hat Diamanten gefunden. Ich habe gerade deinen Namen gesehen, wo ist er denn schon wieder hin? Da bist du doch, haha, Kuckuck. Und? Hier sind sehr viele Diamanten. Ehrlich? Ja. Oh Mann, da ist noch einer, ja. Weiter hoch, ja, aber ich komme gerade nicht hoch. Warte, ich habe hier ein Eisen, was ich dir opfern kann. Alles gut, ich bin schon hochgesprungen. Ah, grünes Zeugs und, äh, Kohle. Wir sind jetzt bei 37 Diamanten. Geil. Okay, also ich habe da so eine Idee. Wir denken uns jetzt einfach mal aus, was wir mal machen könnten demnächst. Ähm. Mehr, 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 mehr Gegner suchen. Dass es nicht so langweilig für den Zuschauer wird. Tja, wir bauen mal wieder was. Das kann man auch mal machen. Uh, Aluminium. Wir waren schon lange nicht mehr daheim, fällt mir jetzt gerade mal so auf. Wobei ein neues Heim nicht schlecht wäre. Blöd ist nur, was haben wir da einmal gebaut? Ist das hier Bedrock? Und die ganzen Sachen hin. Bedrock kann man nicht abbauen. Was habe ich gerade gefunden? Obsidial? Was könnte dieser schwarze Koppel sein? Hopp. Kluck. Nein, Meteorchip. Oh. Wo ist das Meteor? Meteorchip, cool. Ach komm, hau ab, du Blöder. So, du bist wieder weiter nach oben gegangen? Ja. Ich komme mit. Hier ist wieder so ein fliegendes Dingsbums. Was ist denn das für ein Scheiß? Fliegendes Dingsbums? Ja. Jetzt ist es weg. Au. Oh, ein Zombie. Ein verzauberter Zombie, das wäre toll. So, wo bist denn du schon wieder hin? Hier oben. Oben. Hey, wie bist du da hochgekommen? Was? Taubert. Ah, das macht natürlich Sinn. Hi. Hoi. Mal gerade ein bisschen Fakt, ich höre Lava. Ja, die ist unten. Unter uns sozusagen. Und ich habe einen Zombie gehört. Das ist eher beunruhigend. Ja, ich habe ihn gefunden. Gold. Gold. Da hinten ist eine Kiste. Mein Schwert ist schon halb kaputt. Oh mein Gott. Ich merke, wir trennen uns schon wieder. Ich habe eine Kiste gesehen. Bin der Typ Frau, der unbedingt zu einer Kiste will, weil... Was ist denn das? Achso. Weil, ähm... Oh, fuck. Da könnten ja Diamanten drin sein. Ach, ich kann so hoch springen, okay. Mann, voll unfäh. Voll fies. Ach ne, da waren wir schon. Hier war ich schon. Ja? Ja, hier war ich schon. Nicht, dass ich da schon war. Hallo, Miljonen. Ich weiß nicht, ich habe mir das mit den Fackeln linkssätzen jetzt auch angewöhnt. Huch. Heißt, es ist mal Aluminium und hat sofort wieder einen neuen Stollen freigegraben. Hi. Hi. Okay, nichts weiter da. Zombie-Fleisch-Alarm. Ah, da geht's doch weiter. Du gibst zu schnell auf. Ja, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein, dachte ich mir. Huch. Huch. Oh. Ich bin auf Fackel geschlagen. Hä? Und Fett? Oh, oh, Creeper. Kein Problem für mein Schwert. Oh. Ich stelle mich immer lieber unter, wenn du da was abhackst. Ja, genau deswegen. Cool. Ich gehe mal in die andere Richtung. Hier haben wir schon. Ah, hier ist noch Gold. Boah, Zombie. Woher? Den habe ich extra für dich da hingestellt, weißt du? Achso. Ach, da hast du noch gar nicht gesehen. Guck mal. Was denn? Oh, ein Speer? Den hältst du ja wieder... Den hältst du ja wieder... Begst du mal, wie der Schatten macht. Anderthalb... Oh, der macht Blutfressen. Guck mal da unten. What the fuck? Geil. Sehr hübsch. Not Ubel. Not Ubel. So, was ist denn das hier? Ein Kistchen. Das ist natürlich leer. Alles ist schon gelootet. So. Also bauen wir ab. Ich würde vorschlagen, wir bauen wirklich mal wieder was. Na, dann tun wir das doch gleich. Jo. Ich brauche mich mal straight nach oben. Ab hier. Na toll, na klar. Weißt du? Ja. Da war ein Vier-Eckwasser und ich grab das frei. Ne, so. Das ist nur ein Vier-Eckwasser. Guck mal her. Oh, ich könnte jetzt eigentlich auch hoch... Ich gehe mal hoch jetzt mal. Na klar, ich will hochgehen und mach mir schon wieder den nächsten. Ach, Menno. Heute ist eigentlich hoch. Oh, ich habe Hunger. Dann musst du was essen. Hm, ist manchmal nicht schlecht. So, ich habe hier einen schönen Aufgang gerade am Bauen. Übrigens, würde ich nur mal so gesagt haben. Okay. Vielleicht findest du ihn sogar. Ja, echt. Warte, ich markiere ihn dir mit Obsidian. Nein, Quatsch. Ich würde dieses Skelett gerade gerne... Oh, das ging super. Keine Ahnung, wo du bist schon wieder. Du bist immer so weit weg. Einmal mit diesem Teil aufgezogen, mit dem ich dich vorhin gehauen habe und das Skelett ist tot. Macht schon gut Schaden, ja? Ja. Das ist ein gutes. Oh, warte mal, ich gucke mal auf der Karte. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen weiter Richtung nach Dortbuddeln gleich. Das werde ich auch tun. Oh, 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 oh. Oh, wie ich die Dinger hasse. Ach, traust du dich nicht, wa? Na, du Arsch. Hey. Jupp. Gott. 160. Ich versuch den mal... Warum greift der mich nicht an? Ich versuch den mal zu töten. Ich bin schon bei 76 jetzt. Ich mach alles mit meinen... Der hat mir gerade meine Seele geklaut. Na dann. Das ist doch durchsichtig. Oh, zwischendurch mal Gold gefunden. Auch gut. Ach, wenn er durchsichtig ist, dann... Nö, jetzt ist er tot. Hä? Hm. Er hat ein Abyssfragment gedroppt. Was ist das denn? Aber er ist tot. Und hier ist überall... Jetzt ist überall Blut von dem hier. Vom Skelett oder von wem? Ne, das ist bei so einem Sensen, Mann. Okay. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ich bin so blöd zum Bauen, ey. Jetzt sind die Seen weg. Komisches Zeug. Sand. Ich liebe Sand. Oh. Ah, praktisch das. Tageslicht. Yay. Leere Kiste. Erste leere Kisten. Na, sehr gut. Dann kann ich jetzt gleich nochmal... Ich baue mich jetzt hoch. Äh, du kannst dich auch gerne hochbauen von mir aus. So. Erlaubst du mir das? Mach doch, was du denkst. Ich kann dir auch sagen, wo mein Ausgang ist. Dann brauchst du nicht so viel Zeit dafür verschwenden. Oder? Ah, warte. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe deinen Namen. Ich fühle mich gerade nicht so sehr. Warte. Halt. Bleib stehen. Ich komme dir entgegen. Ja, genau. Siehst du meinen Namen? Dort. Ja. Ich komme dir entgegen gerade. Und das Problem ist, du wirst meinen Aufgang nicht nutzen können. Nee, äh, ich habe doch meinen Aufgang schon. Ich will dir meinen Aufgang geben. So. Äh, man sieht man nicht. Ja, aber jetzt bin ich doch schon... Oh, oh, Sand. Bin ich aber doch schon hoch. Hm. Naja, habe ich wenigstens noch ein bisschen Ups-Aluminium gefunden. Na gut, dann eben dich. Du kannst über meinen doch hoch, weil ich, ähm... Ich habe meinen eigentlich schonen Aufgang. Ich komme gerade genau beim Strand hoch. Oh, 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 und ich sterbe gleich. Warum? Ja, aber ich gleich. Wo bist du? Oh, du bist tot. Weißer. Wieso bin ich jetzt am... Wie waren deine Kodi... Und ich bin wie... Wie jetzt? Hattest du unsere Spawnpunkte nicht anders gesetzt? Ich hatte unsere Spawnpunkte ans Bett gesetzt. Ja, meiner nicht mehr. Wö? Wir waren deine... Ich hatte kein anderes Bett. Hol mich mal bitte zu dir. Ah, ja. TP. Weil nackig und so. Ganz schlecht. Danke. Hi. Ähm. Wo ungefähr war das, wo du raus bist? Hier. Das liegt auch alles hier. Okay. Hm. So. Also, ich pack jetzt meine sieben Sachen. Und dann machen wir mal irgendwas, oder? Warte mal. Ja. Ich möchte nur ganz schnell noch mal, ähm... Und das lustige Loch hier runter. Ich werde mir mal kurz eine Lava geben. Peter. Um meinen einen Diamanten noch da drin zu verkuckeln. Hi. Wieso? Wieso verkuckelst du deinen... Das war doch mein Deal. Dass ich mir das Ding einfach so gebe. Ach so. So. Zack. Jetzt sind wir wieder am Reinen. Dermat her. Klamotten an. Dreck her. Das her. Hey. Verdammt. Oh. Diamant-Helden. Auch nicht schlecht. Ist das die... Haben wir nicht da drüben noch irgendwo eine Kiste hingestellt? Mit vielen tollen Sachen? Irgendwo ja. Oh. Meine Klamotten, oder sind das deine gewesen? Ne. Die Schuhe waren nicht von mir. Das sind meine Sachen gewesen. Hält aber gerade auf, dass der Rucksack weg ist. Den ich vorhin hatte. Oh, warte mal. Oh, das ist natürlich doof. Also ich hab ihn nicht. Unten war er nicht. Ähm... Das war nicht von mir. Und das ist auch nicht von mir. Du es wieder rein. Ich wollte... Oh Gott. Oh oh. Ähm... Ich pack hier mal gerade eben. Es nervt mich jetzt. Das ist ja doof. Das muss dieses doofe Barter auch so tief sein. Oh, da ist er. Wieder. Juhu. Ah, man kann den Rucksack nicht in den Rucksack packen. Geht nicht? Ne, geht nicht. Gerade ausprobiert. Sehr praktisch gewesen. Okay, also ich bin jetzt... Ich wäre jetzt soweit, dass wir irgendwas machen könnten. Hm, was? Warte, ich nehme die Bastelkiste noch mit. Und die Truhe auch. Ich möchte die andere Kiste noch mitnehmen, bitte. Ja, bitte. Protection 2. Ich habe hier eine Klamotte Protection 2. Ich bin noch eingekleidet. Hm, wo kommt denn die dann her? Sehr merkwürdig. Weiß nicht. So, auf jeden Fall. Du müsstest vielleicht auch noch mal mitkommen, weil ich glaube, die Kiste war sehr voll. Ja, ich bin auch mit dabei. Meine Rucksäcke sind allerdings voll inzwischen. Hm. Oh, was soll denn Palmen sein? Ach so. Jetzt habe ich es gerallt. Aha. Ja toll, welcher war meiner? So, zeig mal her hier. Oh. Ah, fünf Leder. Dann gucke ich doch hier mal in meine Rucksäcke. Nee. Nee. Ja, zwölf Leder. Das heißt, ich kann noch einen Rucksack bauen. Zack, 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 zack. Hm? Ich packe hier einfach mal alles rein, was ich denke. Hm. In meinen Rucksack rein. Tu das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, habe ich noch Platz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, voll. Verdammt. Ich habe ein Boot. Im Rucksack. Ah ja. Hä? Wir haben nur ein Boot? Ja, ich habe meins einstecken. Ah, okay. Gut, ich habe alle Rucksäcke. Halt mal. Stopp. Fackern brauchen wir jetzt nicht. Holz brauchen wir ja mal. Zum Beispiel. Damit wir uns mal schnell unterwegs was bauen können, ne? Bastelkiste brauchen wir. Die Chess brauchen wir auch, wenn wir Klamotten tauschen wollen. Ah, zwei Volts, juu. Naja. Gut. Sieben Holz haben wir insgesamt. Ich glaube, man kann jetzt sogar Zombie-Fleisch grillen und es wird zu Leder. Wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das wäre interessant, ja. So. Okay. Weiß ich aber gerade nicht zu 100%. Ich sortiere mal gerade eben noch so ein bisschen mein Inventarzeug. So, ich habe zwei Rucksäcke. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe, wie gesagt, noch ganz, ganz wenig Holz. Sieben Holz an der Zahl. Ah, da hinten ist doch ein Boot. Das können wir noch abbauen. Warum es einfach Bäume gut ist. So. Gut. Oh, hier ist schon wieder ein Geheingang, ne? Machen wir jetzt einfach mal nicht. Wir waren jetzt die ganze Zeit unter Tage. Ich weiß. Das ist ja mein Problem. Was? So. Ich suche mir jetzt mal. Da sind Bäume. Ich gucke dir mal zu beim Abholzen. Ähm. Palm Tree Lock. Ja. Achtung, Creeper. Was? Naja. So viel zum Creeper. Warum gehen die nicht abzubauen? Das ist auch merkwürdig. Jetzt ging's. Oh. Komisches Teil. Kokosnuss? Whole Coconut. Ja, ne ganze Kokosnuss. Ist ja cool. Was kann man denn machen? Die kann man bestimmt wieder pflanzen, oder? Pflanzen wahrscheinlich. Ne, kann man doch nicht. Ähm. Ich hab hier was, was ich pflanzen kann. Also Kokosnuss kann ich hier zumindest nicht auf... Kann sie bestimmt essen. Ne, essen kann man die auch nicht. Na gut. Na gut. Okay. Uh. Ja. Achso. Achso. Hm. 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 Was macht man jetzt noch Schönes? Zum Beschnitzeln. Ja, ist klar. Noch ne Kokosnuss. Ich führe etwas. Ja. Jetzt seh ich's auch. Au. Nein, genau in die blöde Höhle reingeflogen. Au. 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 Tja. Haps. Haha. Ich guck noch mal auf die Map. Tja, ich kann hier leider auch nichts weiter ahnen. Außer ganz im Morgen. Kokosnüsse kann man nicht stacken. Ne. Ja, doch. Äh, ja. Ich hab jetzt drei. Drei Kokosnüsse. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir unterbrechen einfach diesen Part hier an dieser Stelle. Da ist ja sowieso ne Weile dauert, bis wir uns ausgedacht haben, was wir genau was machen. Das ist doch dann nur langweilig für die Zuschauer. So. Also, sag ich einfach mal, macht's gut. Bis dahin und tschau'sen. Tja, ich kann dir noch helfen, wenn du gerne möchtest. Ähm, ne, da ist irgendwas, was ich nicht kenne. Ja, das ist ein Skorpion oder so ein Scheiß. Oh Gott, es geht doch nicht los. Nein, das ist ein Lizard. Das kaputt. Wollen es nicht irgendwelche Echsen? Ja. Lizard heißt Exe, genau. Gut, also macht's gut, bis dahin und tschau'sen. Tschüss. Tschüss.